Bei welchen Top 5 Tech-Aktien aus Deutschland sich genau jetzt gute Kaufchancen ergeben, welche dieser 5 Aktien aktuell so günstig bewertet ist wie zuletzt während der Finanzkrise und um welches absolutes Top-Unternehmen es sich hierbei handelt, das du höchstwahrscheinlich noch nicht kennst. All das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß beim Anschauen. Hier sehen wir einmal die Performance vom Tech-DAX, dem S&P 500, dem normalen DAX 40 und dem MDAX im Vergleich. Die Farben stehen auch dran, in Gelb der Tech-DAX, in Blau der S&P 500, in Grün der DAX und in Rot der MDAX. Da fällt natürlich direkt auf, dass der Tech-DAX eine ziemlich ordentliche Performance hat, seit den letzten 10 Jahren ungefähr. Aber, und darum soll es eigentlich gehen, dass fast alle deutschen Aktienindizes im Vergleich zum S&P 500 in den letzten Monaten deutlich schlechter performt haben. Und gerade noch so der MDAX in Grün, wie wir hier sehen, der hat sich auch noch ganz gut gehalten, aber insgesamt ging es doch deutlich stärker ab mit den deutschen Aktienindizes. Und genau darum soll es heute gehen. Welche Top-Chancen ergeben sich denn daraus? Und dabei habe ich euch heute 5 Aktien mitgebracht, auch aus verschiedenen Indizes, teilweise aus dem DAX, MDAX, SDAX und allgemein aus dem Prime Standard. Also ganz viele verschiedene Unternehmen und wir starten auch direkt mit der ersten Aktie. In der Überschrift steht zwar IBM, darum soll es aber gar nicht gehen. Hier sind nämlich, oder hier ist eine Auswahl der ältesten Tech-Firmen aufgelistet. Und das erste Unternehmen, das wir uns heute anschauen, ist SAP. Die sind mittlerweile schon über 50 Jahre am Markt und auch nach wie vor sehr erfolgreich unterwegs. Und ich denke, das weiß auch jeder von euch, genau deren Spezialgebiet sind eben ERP-Systeme. Da sind sie auch der absolute Marktführer. Aber eben auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Supply Chain Management, gehört SAP zu den weltweit führenden Unternehmen. Hier sieht man auch nochmal die Marktverteilung von einer Grafik von SAP direkt. Und auch hier nochmal die Marktposition in verschiedenen Bereichen. Das weicht teilweise ab von anderen Grafiken. Also der erste oder der zweite, der dritte bleibt erst manchmal ein bisschen unterschiedlich. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, dass sie in vielen verschiedenen elementaren Unternehmensbereichen zu dem führenden Unternehmen gehören. Zum Beispiel, wie hier auch aufgelistet, Human Capital Management. Also alles rund um das Thema Personalwesen. Und da bleibt natürlich die Frage offen, warum sich die SAP-Aktie trotz dieser führenden Position in vielen verschiedenen Wachstumsbereichen in den letzten fünf Jahren so schwer getan hat. Und das hat vor allem einen großen Grund. Und im Zuge dessen kam es auch zu einem ordentlichen Kurseinbruch vor ungefähr zwei Jahren. Und zwar hat SAP den Wandel hin zur Cloud nahezu komplett verschlafen. Beziehungsweise sind sie nicht annähernd damit so gut mitgegangen, wie viele andere top amerikanische Tech-Unternehmen. Das sieht man auch hier einmal im Zuge dessen. Haben sie dann vor zwei Jahren neue mittelfristige Ziele veröffentlicht. Die alten Ziele, da war allerdings auch Corona noch nicht mit eingerechnet. Das sieht man hier an der gestrichelten weißen Linie. Das haben sie dann im Zuge der Corona-Krise nochmal angepasst. Das wäre dann die durchgezogene weiße Linie hier. Und dann haben sie eben die neuen Ambitionen geteilt im Rahmen der starken Transformation hin zur Cloud. Also sie haben es zwar ein bisschen verschlafen, den Weckruf dann aber definitiv gehört und dann alles umgestellt hin zur Cloud. Das hat Vor- und Nachteile. Die Nachteile sind, wie wir hier sehen, dass es einige Jahre dauern wird. Damals, als sie veröffentlicht wurde, lagen diese mittelfristigen Ziele noch ein Stück weiter in der Zukunft. Mittlerweile ist es ja nur noch ein Jahr bis 2023. Und im nächsten Jahr sollen eben diese alten Ziele dann auch schon durchbrochen werden und das Wachstum deutlich anziehen. Da muss man allerdings dazu sagen, dass der Russland-Ukraine-Konflikt damals natürlich noch nicht eingepreist war und dass damit natürlich auch negative Auswirkungen mit einhergehen. Denn vor allem in den letzten beiden Jahren hat dieser abrupte Umschwung hin zur Cloud vor allem die Nettomarge stark belastet und damit natürlich auch die Gewinne, was wir uns gleich nochmal ein bisschen näher ansehen werden. Dennoch, das Cloud-Geschäft von SAP nimmt langsam so richtig Fahrt auf. Wie wir hier sehen, vor allem an den oberen Quadraten hier, wachsen sie extrem stark in nahezu jedem Bereich der Welt. Ein weiterer negativer Faktor, der in den letzten Jahren noch immer so um das Unternehmen geschwebt hat, war das Management bzw. die Entscheidungen des Managements. Und auch hier hat sich was getan. Es kommt nämlich ein neuer Finanzvorstand zu SAP. Und damit scheint SAP eine sehr gute Entscheidung getroffen zu haben. Vor allem von den Analysten wird der neue CFO extrem positiv begrüßt und die Entscheidung als sinnvoll bewertet. Und auch die Person selbst, Dominik Asam, wird hier sehr positiv wahrgenommen. Hier sehen wir auch noch mal ein anderes Analystenkommentar, das ja zum Beispiel hoch angesehen beliebt sei und vor allem eben ein disziplinierter Finanzvorstand, was gerade zum jetzigen Zeitpunkt von SAP sehr gut passen würde. Ebenso war er schon zuvor bei vielen renommierten Unternehmen tätig. Unter anderem hat er Airbus mit durch die Corona-Krise geleitet und war zuvor zum Beispiel auch schon bei Infineon tätig, wo er auch einen sehr guten Eindruck bei den Analysten hinterlassen hat. Das heißt, der Umschwung von SAP ist immer noch in vollem Gange, hat auch nach wie vor noch die ein oder anderen negativen Auswirkungen im Blick auf die Marge, was ich vorhin angesprochen habe. Gleichzeitig kommt das Cloud-Geschäft von SAP langsam so richtig in Schwung. Und damit steigen natürlich auch die wiederkehrenden Einnahmen. Allgemein gehen da viele positive Aspekte mit einher. Und dementsprechend ist es umso erstaunlicher, wie günstig SAP momentan bewertet scheint. Das war nämlich auch die Grafik aus der Einleitung. Momentan fast so günstig wie zum Zeitpunkt der Finanzkrise 2008, 2009. Und da können wir auch direkt mal einen Blick auf die Kursziele für die nächsten Jahre werfen. Bei SAP ereignet sich dafür hervorragend der bereinigte Gewinn. Aber auch den KUV können wir hier sehr gut heranziehen, weil die Marge in den letzten Jahren relativ stabil war. Und hier sehen wir auch nochmal, dass sich der Gewinn erst in den nächsten Jahren wieder so richtig erholen wird, dann aber schon ordentlich in Schwung kommt. Also ich bin auch hier sehr gespannt, wie das in den Jahren 2025 weitergeht. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und wenn wir hier einfach mal das durchschnittliche bereinigte KGV von 19 und das KUV von 4 herannehmen, wir sehen auch hier in der Grafik, das hat eigentlich in den letzten Jahren immer hervorragend gepasst. In den letzten 5 bis 6 Jahren wären sogar beide Kennzahlen etwas zu niedrig oder zu konservativ gewesen. Und aktuell gibt es zwar natürlich diesen Gewinneinbruch, aber im Zuge des Cloud-Umschwungs werden dann sogar auch höhere Multiples gerechtfertigt, wenn zum Beispiel der Anteil der wiederkehrenden Einnahmen noch weiter erhöht wird und insgesamt die Marge in den nächsten Jahren dann noch weiter ansteigt. Also aus meiner Sicht eine absolut faire Bewertung, wenn wir hier diese beiden Kennzahlen herannehmen. Dann würde sich für Ende 2024 ein faires Kursziel von ungefähr 120 Euro und damit sogar auch eine sehr ordentliche Rendite von ungefähr 17% pro Jahr ergeben. Umso interessanter aus meiner Sicht ist der Blick auf den Free Cashflow der SAP-Aktie. Der Schnitt beträgt hier ungefähr 18. Und hier sehen wir auch nochmal die Auswirkungen der Transformation. Und auch Ende dieses Jahres soll die Free Cashflow-Bewertung immer noch relativ hoch sein mit 22. Also da könnte man zu dem Schluss kommen, dass die SAP-Aktie momentan relativ sportlich bewertet ist. Wenn wir dann aber auch mal auf die nächsten Jahre blicken, wo ja dann eben auch die ersten positiven Effekte erkennbar sein sollen oder höchstwahrscheinlich auch sein werden, dann sehen wir, dass sich hier die Free Cashflow-Bewertung relativ schnell anpasst und dass sich hier dann insgesamt auch ein stimmiges Bild ergibt mit der KV und der Gewinnbewertung, die wir uns eben angesehen haben. Also auch auf Basis der Free Cashflows mit Blick auf die nächsten Jahre scheint die SAP-Aktie momentan relativ attraktiv bewertet zu sein. Und hier sehen wir auch nochmal die Chartanalyse von SAP. Und da kann ich auch schon mal eine Sache vorweg sagen. Ich habe nämlich erst in dieser Woche einen Kauf bei SAP getätigt, mir die Aktie also neu ins Depot geholt. Und neben der guten Marktposition und der attraktiven Bewertung war eben ein weiterer Grund dafür die interessante charttechnische Situation, wie wir hier sehen. Denn die SAP-Aktie befindet sich momentan auf einer sehr soliden Unterstützungstone, die auch schon seit ungefähr 6-7 Jahren anhält, im Bereich von ungefähr zwischen 80 und 85 Euro. Und aus meiner Sicht stehen hier die Chancen für eine potenzielle Bodenbildung sehr gut. Den Kauf habe ich natürlich auch sofort mit all meinen Kanalmitgliedern geteilt. Wenn es euch interessiert, dann schaut einfach mal bei dem Link in der Videobeschreibung oder in dem Kommentar von mir ganz oben rein. Da poste ich regelmäßig all meine Käufe, sonstige Aktien-Updates und da verpasst ihr keine weiteren Informationen. Also ihr erhaltet da eine Menge Premium-Content exklusiv für meine Kanalmitglieder und unterstützt mich damit gleichzeitig auch, was mich natürlich umso mehr freut. Das war dann aber auch schon die einzige Tech-Aktie aus dem DAX. Wir gehen einen Schritt weiter und schauen in den MDAX und blicken da auf ein nicht weniger interessantes Unternehmen. Im Gegenteil, Nemecek, ein aus meiner Sicht extrem spannendes Unternehmen und deren Kerngebiet ist die Software für die Baubranche, wie wir hier auch schon sehen an den verschiedenen Segmenten. Allgemein handelt es sich dabei um einen extremen Wachstumsmarkt. Also die Bauindustrie macht sogar 13% des globalen Bruttoinlandproduktes aus. Und bis 2030 soll der Markt um weitere 42% wachsen und sich dann auch insgesamt auf 13 Billionen Euro belaufen. Auch die drei Kernbereiche von Nemecek, Design, Build und Manage, die wir zu Beginn auch schon auf dem Übersichtsbild gesehen haben, auch die sollen in den nächsten Jahren sogar noch stärker wachsen als der Gesamtmarkt. Vor allem interessant sind hier die ersten beiden Segmente. Die machen nämlich gleichzeitig auch den mit Abstand größten Anteil der Gesamteinnahmen von Nemecek aus. Auch interessant ist hier die Aufteilung nach Erlösart. Hier sehen wir nämlich, dass der Anteil der wiederkehrenden Umsätze weiter ansteigt. Also im Vergleich zum letzten Jahr um 1%. Also auch hier sehen wir im Vergleich zum letzten Jahr zwar langsam, aber dennoch stetig den Umschwung hin zum Cloud-Geschäft. Und ebenso positiv hervorzuheben ist hier die Aufteilung nach Region. Aus meiner Sicht eine sehr schöne Diversifikation. Der Großteil fällt ja auf stabile Industrienationen beziehungsweise Kontinente wie eben Amerika und Europa. Und wie gut es um das Unternehmen Nemecek steht, das sehen wir auch hier schon direkt bei einem Blick auf den Umsatz und auch die Margen. Seit den letzten 20 Jahren kennen beide Kennzahlen eigentlich nur eine Richtung. Vor allem seit den letzten 10 Jahren steigt der Umsatz wie an der Schnur gezogen und auch die Marge konnten sie seitdem fast verdoppeln. Dabei weist das Unternehmen auch sonst hervorragende Kennzahlen nahezu jedem Teilbereich auf. Vor allem hier zum Beispiel bei den Profitabilitätskennzahlen. Hier fast durchgängig an der oberen Spanne. Und der einzige Minuspunkt kommt ja eigentlich nur aufgrund der Volatilität zustande, wofür das Unternehmen selbst eigentlich nicht so viel kann. Aufgrund all dieser Faktoren stehen dem Unternehmen auch aus meiner Sicht gerechtfertigter Weise deutlich höhere Multiples zu als anderen Unternehmen aus anderen Branchen, die eben nicht so gut aufgestellt sind. Und wenn wir hier dann zum Beispiel mit einem 40er bereinigten KGV rechnen, was den letzten Jahren sogar deutlich zu günstig gewesen wäre, wie wir hier an der Grafik sehen, dann würden wir auf ein faires Kursziel von ungefähr 78 Euro und eine jährliche Rendite von 18% kommen. Und selbst wenn wir das dann nochmal ein ganzes Stück nach unten korrigieren und jetzt hier nur mit einem 35er KGV rechnen, was aus meiner Sicht wirklich sehr konservativ, fast schon pessimistisch gerechnet ist, selbst dann würden wir immer noch auf eine jährliche Rendite von ungefähr 11% kommen. Aber dabei sollte uns wirklich bewusst sein, dass das DurchschnittskGV in den letzten ungefähr acht Jahren 48 betragen hat und dass die Nemecek Aktie auch schon vor der Corona-Krise sehr sportlich und mit bereinigten KGV-Werten von über 50 bewertet wurde. Also aus meiner Sicht spricht hier doch schon einiges dafür, dass dieses 40er-Bereinigte KGV, was wir vorhin gesehen haben bei der Kurszielberechnung, angemessen ist. Wer dafür nochmal etwas Bestätigung braucht, der kann auch gerne nochmal einen Blick auf diese Grafik werfen. Hier sind nochmal ein paar Gründe aufgeschlüsselt, zum Beispiel eben der gesamte Markt, der extrem wachstumsstark ist, die Marktposition von Nemecek, die vor allem auch aufgrund des breiten Produktportfolios wirklich spannend ist und eben schon die Profitabilitätskanzlei, die wir vorhin schon angesprochen haben, allen voran die extrem hohe Eigenkapitalrendite, die wirklich bemerkenswert ist und auch insgesamt steht das Unternehmen auf einem wirklich sehr stabilen Fundament, was eben auch eine höhere Bewertung gerechtfertigt. Und auch hier in Kombination zu dieser attraktiven Bewertung kommt nochmal ein extrem interessantes Chartbild dazu, denn auch hier befindet sich der Kurs aktuell auf einer sehr soliden Unterstützungszone zwischen 50 und 55 Euro und auch hier stehen aus meiner Sicht die Chancen für eine potenzielle Bodenbildung sehr gut. Ich habe die Aktie auf jeden Fall im Blick, sie steht ganz oben auf meiner Watchlist und falls es hier zu potenziellen Käufen in den nächsten Tagen oder Wochen kommen sollte, dann werde ich natürlich direkt meinen Kanalmitgliedern Bescheid geben. Aber dann kommen wir auch schon zur nächsten Aktie, die ich auch schon vor ungefähr einem Jahr schon mal auf meinem Kanal besprochen habe. Damals waren wir natürlich noch mit einer komplett anderen Situation konfrontiert, aber nach wie vor sollte man das Unternehmen auf jeden Fall im Blick haben. PharmaSoft kommt sogar auch eigentlich aus Österreich, ist aber auch in erster Linie auf dem deutschen Markt tätig, das ist auch der Kerngeschäft und insgesamt würde ich einfach Aktien aus der deutschsprachigen Region hier in so ein Top 5 Deutschland Aktien Video mit reinnehmen. Das Geschäftsmodell von PharmaSoft ist extrem spannend und aus meiner Sicht gibt es ja hier auch kein vergleichbares Unternehmen. Bei PharmaSoft dreht sich nämlich alles um die effiziente Verwendung und effiziente Umgang in Unternehmen mit Dokumenten und allgemein Wissensmanagement. Zum Beispiel, wenn man Unternehmen oder wenn man für sein Unternehmen irgendwas suchen möchte, dann hat PharmaSoft so eine Art Google für das Unternehmen und für Unternehmensdaten entwickelt, mit denen man dann in jeglichen Dokumenten nach bestimmten Informationen suchen kann. Dabei sind sie auch extrem effizient. Das sehen wir auch hier nochmal in den Folgepunkten, hier zum Beispiel unter dem Begriff Dokumentenlenkung, aber auch eben weiter unten. So sind sie unter anderem eben auch für die E-Akte im Bund mitverantwortlich beziehungsweise arbeiten hier mit den deutschen Behörden gemeinsam und insgesamt sind sie extrem erfolgreich auf diesem Gebiet. Das sehen wir zum Beispiel auch hier an so einem Vergleich von verschiedenen Unternehmen, der auch nicht ganz fair ist. Hier sind unter anderem auch Microsoft, Google, Dropbox, also Unternehmen mit drin, die auch teilweise was mit dem Bereich Dokumentenmanagement zu tun haben, aber eben nicht exakt in dem Bereich von PharmaSoft. Und dennoch sehen wir hier, sie schneiden in jedem dieser Teilbereiche entweder besser oder mindestens gleich gut als die Konkurrenz ab. Und wenn wir noch tiefer in diese Nische einsteigen, wo eben PharmaSoft aktiv ist, dann sehen wir zum Beispiel auch hier an so einem Unternehmensvergleich, dass PharmaSoft hier zu den absoluten Marktführern beziehungsweise zu dem führenden Unternehmen gehört. Für ihre Dienstleistungen und Services wurde PharmaSoft da schon mehrfach ausgezeichnet, eben auch hier genau in dem Bereich der E-Akte. Aber worauf ich auch eigentlich hinaus möchte, ist ein Tochterunternehmen von PharmaSoft, nämlich Mindpriest. Und die spielen wirklich eine extrem große Rolle bei dem Unternehmen. PharmaSoft hat hier die Anteile in den letzten Jahren immer weiter aufgestaubt. Ich glaube, mittlerweile halten sie sogar über 80 Prozent. Das Unternehmen zählt zu den Top 50 KI-Unternehmen weltweit, hat schon viele verschiedene Preise abgestaubt. Und das ist eben auch genau das Unternehmen, das im Bereich Wissensmanagement tätig ist, also sozusagen das Google für Unternehmen, wo man irgendwelche Begriffe suchen kann und dann aus allen Dokumenten, Akten und allgemein aus dem Intranet der verschiedenen Unternehmen eben seine gewünschte Informationen dann auch erhält. Und da ist das Unternehmen Mindpriest eben extrem innovativ. Die arbeiten hier mit ihrer eigenen KI, haben allgemein das Produkt komplett selbst entwickelt und gehören auch laut Gartner, das auch nicht nur irgendein Marktforschungsinstitut ist, sondern eines der renommiertesten überhaupt, zu den mit Abstand führenden Unternehmen in diesem Bereich. Und das bei solchen Konkurrenten wie Microsoft, Google, IBM oder ähnlichen Branchenführern. Bei einer stabilen Wirtschaftslage, wie hier von diesem Geschäftsland 2018, 2019, 2019, 2020, hat man da auch gesehen, wie stark die Tochterfirma von PharmaSoft Mindpriest, wie stark die wachsen können mit über 35 Prozent pro Jahr. Danach im Zuge der Corona-Krise ging es ein bisschen nach unten. Und damals bei der letzten Analyse war so das Fragezeichen voraus, wie es in der aktuellen Situation weitergeht. Und damals war der Russland-Ukraine-Konflikt noch gar kein Thema oder allgemein diese aktuelle Wirtschaftslage nicht so schwer, wie sie jetzt gerade ist. Dennoch haben sie es geschafft, weiterhin zu wachsen. Es war nur leicht, aber dennoch ein Wachstum der aktuellen Situation ist auf jeden Fall bemerkenswert. Und aus meiner Sicht stehen die Chancen hier sehr gut, dass in den nächsten Jahren dann wieder das Wachstum deutlich stärker anziehen kann. Auch hier ähnlich wie bei Nemetschek ein hervorragendes Bild, was den Umsatz und die Margen betrifft, aber auch die allgemeinen Qualitätskennzahlen oder Fundamentalkennzahlen. Und auch hier sind sie im Bereich der Profitabilitätskennzahlen, wie zum Beispiel der Eigenkapitalrendite, auch extrem weit oben oder eben auch an der oberen Spanne. Und genau gleich wie bei Nemetschek eben auch hier der einzige Minuspunkt, die hohe Volatilität, was man eben als deutsches Tech-Unternehmen mit relativ kleiner Marktkapitalisierung, was sich da eben nicht vermeiden lässt, vor allem in den letzten schwierigen Monaten und Jahren. Dabei können wir die Fibersoft-Aktie hervorragend auf Basis des klassischen Gewinns berechnen und auch hier ein absolut realistisches KGV von 27 herannehmen. Auch hier sehen wir in den letzten fünf Jahren, war das eigentlich durchgängig zu niedrig gewählt. Selbst während der Corona-Krise wurde die Aktie eigentlich nicht so niedrig bewertet, nur hier einmal zwischen dem Jahr 2018 und 2019. Und dennoch würde sich damit mit Blick auf Anfang 2025 ein faires Kursziel von ungefähr 28 Euro und auch ebenfalls eine sehr ordentliche jährliche Rendite von ungefähr 18 Prozent ergeben. Und bei Fibersoft können wir sogar gleich auf zwei spannende Chartbilder blicken. Einmal hier der klassische lineare Chart, wo wir auch hier wieder eine sehr solide Unterstützungstone sehen, über die sich der Kurs momentan knapp befindet, aber die ungefähr auch eine relativ breite Spanne hat, zwischen 16 und 18 Euro ungefähr. Noch viel spannender finde ich aber hier den langfristigen logarithmischen Chart, denn hier sehen wir, dass die Fibersoft-Aktie seit knapp 15 Jahren sich in einem langfristigen Aufwärtstrend befindet. Und auch hier, dass die aktuelle Korrektur kein Grund zur Sorge ist, sondern dass hier die Chancen sehr gut stehen, in Kombination mit dieser horizontalen Unterstützungstone, die wir eben gesehen haben, dass sich hier ein möglicher Boden bilden kann. Und dann wären wir auch schon bei dem vorletzten Unternehmen für heute. Und das habe ich auch schon vor einigen Wochen beziehungsweise Monaten schon mal auf meinem Kanal besprochen, im Rahmen meiner Top 5 Cybersecurity-Unternehmen, nämlich Secunet. Jeder, der nochmal ein etwas ausführlicheres Bild dazu hören möchte, dem verlinke ich an der Stelle rechts oben, dieses Cybersecurity-Video, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich glaube, da habe ich Secunet als letztes Unternehmen besprochen, bin auch ein bisschen ausführlicher darauf eingegangen. Aber auch hier nochmal kurz zusammengefasst, sie sind wirklich ein absoluter Champion im Bereich Cybersecurity, im mitteleuropäischen Raum, vor allem in Deutschland. Sie erfüllen hier die höchsten Sicherheitsstandards und das Segment beziehungsweise Teilbereich, der mit den Behörden und Regierungen zusammenarbeitet, der macht auch knapp 90 Prozent der Umsätze aus. Und hier sind sie unter anderem für das Bundeskriminalamt oder auch für die Bundespolizei oder auch für das Auswärtige Amt tätig. Und wer da einmal drin ist, der bleibt auch höchstwahrscheinlich drin. Also wir haben es ja auch mit extrem großen Login-Effekten zu tun. Aber sie steigen auch immer breiter im Business-Sektor ein, wo sie sich eben um die IT von Unternehmen kümmern. Unter anderem haben sie auch hier schon große, renommierte Kunden mit der Land gezogen, wie zum Beispiel Bechtle, Lufthansa, mobile.de, das kennt ja auch jeder von euch, oder auch Beiersdorf. Also auch hier kann ich mir gut vorstellen, dass ihr in dem Bereich in den nächsten Jahren weitere Dynamik einkehren kann. Was ich damals in dem Video der Top 5 Cybersecurity-Aktien noch nicht erwähnt habe, was aber auf jeden Fall ein großer Pluspunkt für Signet ist oder sein könnte, sind eben diese 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, die höchstwahrscheinlich, wovon höchstwahrscheinlich natürlich auch ein nicht zu vernachlässigender Teil in die IT-Infrastruktur fließen wird. Und da ist eben Signet eines der führenden Unternehmen. Und sie selbst schreiben auch hier im Geschäftsbericht, dass sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass mögliche positive Effekte frühestens ab dem Geschäftszeit 2023 eintreten werden. Natürlich sehr vorsichtig ausgedrückt mit möglichen positiven Effekten. Aber ich persönlich gehe auf jeden Fall davon aus, dass das hier zu einem deutlich erhöhten Auftragseingang bei Secunet führen könnte. Und momentan ist es aus meiner Sicht auch noch nicht in den Kurs eingepreist. Und auch hier wieder eine wunderschöne Umsatz- und Margenentwicklung, die wir hier sehen. Vor allem auch hier seit den letzten 10 Jahren steigt der Umsatz fast schon exponentiell an. Und was ansonsten die Fundamentalkennzahlen betrifft, da kann Secunet sogar die vorherigen Unternehmen Fabersoft und Nemecek nochmal in den Schatten stellen. Also so hohe Kennzahlen habe ich fast noch nie gesehen bei einem Unternehmen. Eine Eigenkapitalrendite von über 35% und allgemeine Rendite auf das eingesetzte Kapital von 30%. Das sind wirklich die Top-Kennzahlen überhaupt. Dementsprechend ist hier so gut wie kein Spielraum auch mehr bei den Balken zu sehen. Ebenfalls wie bei den vorigen Unternehmen einziger Minuspunkt die Volatilität. Aber dazu habe ich mich ja schon mehrfach geäußert. Das sollte man aus meiner Sicht nicht als Minuspunkt zählen. Und wenn man sich das wegdenkt, dann erreicht hier auch Secunet bei diesem Trader-Fox-Qualität-Check locker die 15 von 15 Punkte. In meinem damaligen Video habe ich mit deutlich höheren KGVs gerechnet. Teilweise zwischen 35 und 40. Hier in diesem Video möchte ich mal etwas konservativer sein. Und wir sehen auch schon hier, da müssen wir vor allem auf die letzten 5, 6, 7 Jahre blicken. Seitdem steigt der Gewinn ordentlich an. Auch sehr konstant. Und auch hier das 30er KGV, das ich jetzt hier verwende, aus meiner Sicht auch eher konservativ. Und in den letzten Jahren wurde eigentlich Secunet nur einmal mitten während des Corona-Crash so niedrig bewertet. Ansonsten wurde das Unternehmen immer mit deutlich höheren KGVs bewertet. Und dennoch, selbst mit diesem 30er KGV würden wir für Ende 2024 auf ein faires Kursziel von ungefähr 300 Euro und auf eine sehr ordentliche Rendite von ungefähr 20% pro Jahr kommen. Auch hier gefällt mir das Chartbild sehr gut. Eine Unterstützungszone haben wir da vor kurzem erst durchbrochen. Die war sogar auch nicht unrelevant. Aber aktuell bewegen wir uns direkt auf der nächsten Unterstützung, mal ungefähr 200 Euro. Zwischen diesen beiden Unterstützungszonen habe ich auch meinen ersten Kauf getätigt. Darauf werde ich gleich nochmal genauer eingehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir hier bei diesen 190, 200 Euro, dass ich hier eine mögliche Bodenbildung vollziehen könnte. Wenn nicht und wenn es wirklich nochmal deutlich weiter bergab geht, auch in der Gesamtwirtschaft, dann würde ich hier auf jeden Fall im Bereich der ungefähr 150 Euro in weiteren Nachkauf tätigen. Ähnlich wie bei Fabersoft gibt hier aber vor allem der logarithmische Chartgrund zur Hoffnung. Auch hier die langfristige Ansicht seit Ende 2008. Und da sehen wir, dass sich hier die Secure-Nut-Aktie hervorragend in einem langfristigen Aufwärtstrend befindet. Und das ist auch auf Basis dieser charttechnischen Analyse hier auf dem aktuellen Niveau. Wir befinden uns hier inmitten des Aufwärtstrends, dass auch hier schon in den nächsten Wochen oder Monaten eine mögliche Bodenbildung eintreten könnte. Und wie eben schon angedeutet, auch hier habe ich einen Kauf getätigt in letzter Zeit. Und auch da habe ich natürlich dann sofort meine Kanalmitglieder benachrichtigt. Also ich habe aktuell auch schon eine kleine Position in Secure-Nut offen, kann mir aber in den nächsten Wochen und Monaten auch weitere Nachkäufe vorstellen. Und das hängt dann natürlich von der jeweiligen Bewertung, von der aktuellen Gesamtsituation und natürlich auch von der Chart-Analyse ab. Dann wären wir aber auch schon beim letzten Unternehmen. Und das ist wirklich eines meiner absoluten Favoriten von diesen fünf Aktien. Ich habe das bisher noch nie auf diesem Kanal besprochen. und beschäftige mich auch noch nicht so lange mit dem Unternehmen, bin aber auch schon ziemlich tief eingestiegen und habe das auch ganz oben auf der Watchlist stehen, die Nexus AG. Ein deutsches Unternehmen, das verschiedene Software-Dienstleistungen für die Medizinbranche oder allgemein für das Gesundheitswesen herstellt und die damit extrem erfolgreich sind. Hier sehen wir nochmal die Plattform von Nexus, wie das so aussieht. Und da wird auch klar, dass sie vor allem in Krankenhäusern zum Einsatz kommen. Also hier sieht man die Plattform, die verschiedenen Bereiche in Krankenhäusern, von Radiologie bis zur Labor- und Pathologie und allgemein klinische Kurve und Prozesse, also auch die Patientenakte und verschiedene Themen, die damit einhergehen. Oder alle Prozesse und Daten, die so allgemein gesammelt werden müssen oder getrackt werden müssen oder verwaltet werden müssen und zu denen man möglichst unkomplizierten und effizienten Zugriff haben sollte. Genau darum kümmert sich dieses Unternehmen. Und da sehen wir auch in der nächsten Grafik nochmal so eine Aufteilung von den verschiedenen Bereichen und auch nochmal so ein paar Fakten. In über 90 Ländern sind sie dabei schon aktiv und haben auch schon über 200.000 Anwender für deren Dienste verbuchen können. Dabei bewegt sich die Nettomarge seit ungefähr 10 Jahren auf einem relativ konstanten Niveau. Die operative Marge ist sogar ein bisschen weiter gestiegen. Also das könnte auch die Richtung vorgehen für die Nettomarge. In den nächsten Jahren sollen hier auch neue Höchstwerte erzielt werden. Aber vor allem, wenn wir hier auf den Umsatz blicken, eine extrem schöne und dynamische Umsatzentwicklung, die nochmal zeigt und vor allem, wie konstant und stetisch die verläuft, wie gut eben das Unternehmen aufgestellt ist in seinen jeweiligen Bereichen. Und hier auch als einziges Unternehmen die vollen 15 von 15 Punkten. Dabei müssen wir aber berücksichtigen, dass sie vor allem hier bei den Profitalitätskennzahlen nicht ganz so gut abschneiden wie die anderen Unternehmen, die ich bisher besprochen habe, dafür aber deutlich weniger volatil sind, aber auch insgesamt hier im Gesamtbild sehr gute Fundamentalkennzahlen aufweisen. Das Durchschnitt KGV in den letzten 5, 6, 7 Jahren beträgt dabei zwischen 40 und 45. Ich wollte hier mal ein bisschen konservativer sein und ein KGV zwischen 30 und 35 wählen. Das heißt, hier rechnen wir einfach beispielhaft mit einem 33er KGV. Wenn ihr Zugang zum Aktienfinder habt, mit dem ich all meine Analysen auch immer durchführe oder auch eben den Fundamentalcheck immer gerne mache bei den Unternehmen, dann könnt ihr das natürlich so anpassen, wie ihr möchtet. Allgemein in Bezug auf all diese Unternehmen und auch meine Kaufentscheidungen, meine Aussagen, das ist natürlich alles nur meine persönliche Meinung. Selbstverständlich seid ihr selbst für eure eigenen Entscheidungen verantwortlich und führt auch bitte immer eure eigenen Recherchen an. Aber hier sehen wir auch schon sehr deutlich, dass dieses 33er KGV wirklich sehr niedrig gewählt ist und es in den letzten 5, 6, 7 Jahren eigentlich auch nur einmal im Jahr 2016 die Nexus-Aktie so niedrig bewertet wurde. Und dennoch kommen wir damit mit Blick auf Ende 2024 auf ein faires Kursziel von knapp 70 Euro und eine sehr ordentliche jährliche Rendite von 17%. Auch das Chartbild gefällt mir dabei besonders gut. Auch hier wieder eine horizontale Unterstützung, auf der wir uns aktuell bewegen. Hier im Bereich von ungefähr 45 Euro plus minus, die könnten wir auch hier noch ein bisschen weiter nach unten einzeichnen. Aber auch hier nochmal, was ich fast noch wichtiger finde, das logarithmische Chartbild und das sieht hier nochmal sogar deutlich stimmiger aus als bei einem anderen Unternehmen. Also hier können wir wirklich einen perfekten Aufwärtstrend auch hier seit den letzten über 10 Jahren einzeichnen. Und auch die Nexus-Aktie bewegt sich hier aktuell perfekt auf diesem Aufwärtstrend. Also hier stehen aus meiner Sicht die Chancen sehr gut. Also auch hier stehen aus meiner Sicht die Chancen sehr gut, dass im Bereich von ungefähr 45 Euro hier eine mögliche Bodenbildung eintreten könnte. Das wären dann auch schon die 5 Unternehmen des heutigen Videos. Aus meiner Sicht sind ja alle berechtigterweise in diesem Video vertreten. Jedes einzelne Unternehmen finde ich extrem spannend und jedes einzelne hätte auch fast einen Platz im Depot verdient. Ich werde mir die in den nächsten Tagen und Wochen nochmal ein bisschen genauer ansehen. Und wenn ich hier Käufe tätige, natürlich sofort einen Post erstellen für alle Kanalmitglieder. Ansonsten könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches dieser Unternehmen euer Favorit ist. Was haltet ihr von den Unternehmen, die ich vorgestellt habe? Welches kanntet ihr vielleicht davor noch nicht? Welches fandet ihr besonders interessant? Und wo seid ihr vielleicht auch andere Meinungen als ich? Ich freue mich wie immer über Regenaustausch im Kommentarbereich. Also kommentiert da gerne mit und lasst uns da gemeinsam diskutieren. Ansonsten seht ihr auch hier nochmal mein Video zu den Top Cyber Security Aktien, wo ich auch nochmal Secunet besprochen habe. Und ich kann hier jedem nur empfehlen, meinen Blick in das China-Aktieninterview zu werfen mit Dr. Mirko Wormuth. Ein sehr kompetenter Mensch, der sich extrem gut mit China und den chinesischen Tech-Aktien auskennt. Also jeder, der selbst chinesische Aktien im Depot hat oder mit dem Gedanken spielt, hier in Kauf zu tätigen, da kann ich das nur empfehlen. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und zukünftig keine weiteren Aktienanalysen oder solche Top 5 oder Top 10 Aktien wie dieses Video hier verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal natürlich gerne auch abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.